Herzlich Willkommen zur nächsten Hearthstone Constructed Episode hier auf Webplay Games for you. Ich bin so Ivo und wir sind aktuell Rang 4, spielen weiter mit dem Handlock Deck, das wir auch gestern schon getestet haben. Hat sich ja ein bisschen was geändert, wir haben zwei Power Overwhelming drin, haben die nerubischen Eier reingenommen, haben die Sunwalker wieder rausgenommen, haben zwei Hellfire und nur eine Shadow Flame drin, einfach damit wir unsere Eier selber auflösen können oder hochjagen können. Genauso auch um Power Overwhelming auf die Eier spielen zu können. Die Leeroy Combo ist natürlich drin geblieben, die wir hier irgendwie auch schon auf der Hand haben, aber die wollen wir gar nicht am Anfang auf der Hand haben, genauso wenig wie den Big Game Hunter. Ich bin mal noch gar nicht sicher, ob wir den Big Game Hunter behalten werden in dem Deck. Das ist aber schon das erste Ei, das ist auch ganz cool. Das ist auch das Hellfire, das ist ja richtig gut. Hoffentlich ist es ein Agro Rogue, da hätten wir jetzt die perfekte Hand gegen. Das ist aber ein Miracle. Bisschen schade. Spielen auf jeden Fall den da. Das heißt nämlich, er kann nicht so einfach Fan of Knives spielen und sowas. Okay, was macht er denn da? Super strange. Oh, da ist ein Power Overwhelming. Okay, interessant. Drei, sechs, neun. Okay, perfekt. Das ist im Prinzip die Karte, die ich wollte. Was macht er da? Warum will er mich looten? Ich check das nicht so ganz. Macht er das Ei kaputt? Ich dachte eben auch schon, ey, das geht nicht ab. Holy fucking shit, ey. Ich denke, wir können das ohne weiteres machen. Wir werden da. Spielen den hier. Spielen den da. Ich dachte eben schon, er ist nicht in die Mitte gegangen. Wie mätig geworden wäre. So, dann brocken wir unser Ei. Haben einen 4-4 auf dem Feld und haben dicke Towned Wall am Start. Und nächsten Runde können wir Molten Giant spielen. Zap. Okay, was kostet der? Zwei, oder? Drei kostet der. Ist ja frech, dass wenn der geschlüpft ist, dann drei kostet. Aber er kann halt die hier nicht hochgeben und kann den hier nicht verhindern. Das ist super stark. Wenn er hier angreift, hat er einen Blade Flurry. Wenn er da angreift, hat er keins. Oh, alles klar. Oh, hallo, mein Freund. Dann spielen wir den hier. Spielen die Münze. Und spielen den hier auch wieder. Optimal. Das sieht doch schon wieder gut aus. Vor allem, der hat dieses verkackte Ei. Einfach mal getradet mit Power of Erwhelming. Und hat einen Zap gezogen. Das ist super heftig. So gut. Okay, das ist noch ein norobisches Ei. Ich denke, wir werden auf jeden Fall das hier machen. Dann werden wir das hier machen. Dann schwimmen wir den da hin und geben den beiden Spott. Und jetzt töten wir ihn einfach. Das ist super lächerlich. Ich kann halt gerade aufgeben, der Kerle. Ich wüsste nicht, was er machen will. Es gibt keine Möglichkeit, dass er 16 Schaden in mein Face macht, ohne dass er an den Spottern vorbeikommt. Zumindest fällt mir nichts ein, was 16... Aber da gibt er auch drauf, direkt. Genau wie gedacht. Das hat er wohl sich dann auch überlegt. Jetzt sind wir, glaube ich, schon wieder vier Windsor in Folge. Mit dem Deck. Das ist super gut in dem Ranking-Bereich. Denke ich. Läuft. Also die Eier haben halt echt richtig, richtig viel gebracht. Für den Handlock, denke ich. Weil er halt viele, viele Möglichkeiten hat, sie selber in die Luft zu jagen oder Spott zu geben. Die passen da perfekt rein. Okay, ein Briezer. Briezer ist immer ein bisschen eklig. Okay, das ist aber eine ordentliche Starthand. Ich gehe sogar so weit, dass ich die beiden behalte. Und den da. Weil ich ihn habe, behalte ich ihn auch. Okay, die Euro hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber... Ist jetzt auch nicht weiter wild. I don't know. Vielleicht. Hallo, Mountain Giant Nummer 2. Einen können wir ausspielen, auf jeden Fall. Und dann können wir anfangen zu tappen wieder. Sportgeber Nummer 2. Das ist super geil. Aber wie gerne ich einfach diese Mountain- und Molten-Giants in Golden hätte. Unglaublich. Ich glaube, ich muss echt mehr Arena-Offscreen auch spielen. Weil ich komme aktuell noch nicht mal in Legend, weil ich so wenig Spiele. Aber es ist super uncool. So, ab nächster Stunde gibt es die dicke Mountains. Dagegen hätten wir nichts unternehmen können. Deswegen ist es mir ziemlich wein. Ich hoffe, dass er jetzt nicht unbedingt die Death schon auf der Hand hat. Wenn, kann ich es aber eh nicht verhindern. Das kann ich noch nicht spielen, weil ich den zweiten Mountain auch noch auf der Hand habe. Okay. 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 Wir spielen auf jeden Fall den zweiten Mountain. Halt den dann natürlich weiter voll. Ist ja klar. Wir sind schon super low, muss ich einfach sagen. Kannst du aber nicht ändern. Gut, dass Alex Drasas da kommt. Muss man auf jeden Fall so machen. Den hier, der Soul feiern bringt halt gar nichts. Aber ich denke nicht, dass er jetzt noch eine Death hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Zwei in Folge wären halt echt bitter. Dann kannst du als Handlock gerade aufgeben. Aber Gott sei Dank gibt es ja so wenige Priester. Okay. Dann bekommt er irgendeine verrückte Kombo. Smite. Okay. Aber eventuell bringt er das Ei dann zum Brocken. Okay, er bringt das Ei zum Brocken. Jetzt macht er eine... Was macht er denn jetzt? I don't know. Super strange. Was hält er ihn und macht noch einen Smite, oder wie? Tatsache. Oh Mann. Super verrückte Freak-Kombo. Den hier spielen wir auf alle Fälle. Dann werde ich den hier spielen. Dann werde ich das hier machen. Dann werde ich hier gegen Traden. Super, die Eule ist gegangen. Die war am schlechtesten von allen Karten, die wir da auf der Hand haben. Das sieht auch gut aus. Er hat halt super sieben Karten auf der Hand. Das ist ekelhaft. Super viele Karten auf der Hand. Das wollte ich eigentlich sagen. Holy Nova. Okay. Wir kriegen aber den 4-4er halt wieder. Hallo, mein Molten Giant. Dann können wir den hier auch töten. Alter, was ist denn das schon wieder für ein Himmelgeswitsche? Oh mein Gott. Na, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ob der hier hat oder nicht. Das ist relativ Latte in dem Moment. Aber trotzdem ärgert es mich. Jetzt hätte er in der anderen Situation wieder richtig übel enden können. Kackt er. Okay. Zaubert ihn tot. Hätte er so oder so lange gemacht. In dem Moment. Macht Warchild wird nichts in dem Fall. Es müsste schon ein zweites kommen. Kommt aber nicht. So, dann machen wir jetzt auf jeden Fall das hier. Schau mal, der ist geswitcht. Pissendreck. Den spielen wir auch, weil ich nächste Runde wahrscheinlich Alex Raza spielen werde. Ich hätte tappen können. Aber es wäre riskant gewesen. Der hat er schon wieder geswitcht. Alter Schwede. Na, jetzt haben wir auf jeden Fall drei Moltensofts auf dem Feld. Was haben wir denn eigentlich an Damage jetzt hier? 8, 16, 24, 26 plus Leroy ist tot. Was ist denn der einen tötet? 8, 16, 8, 16, 18, und 6 sind 24. Reicht also nicht. Oh, hallo. Wann mal, jetzt muss ich nochmal rechnen. 8, 16, 18, und 12. 12, 18, und 12 sind 30. Dann haben wir ja sogar das Match gewonnen, was ich eigentlich gedacht habe, dass wir verlieren würden. Super gut. Ja, Stack läuft richtig, richtig gut. Ich kann es nur empfehlen momentan. Also, das war jetzt das fünfte Match oder was in Folge, das wir gewonnen haben. Vier, äh, die letzten zwei Folgen haben wir auf jeden Fall nur gewonnen. Supergeil. Ähm, wir sind jetzt kurz vor Ragen 3 sogar. Machen jetzt an der Stelle aber auf jeden Fall erstmal wieder einen Cut. Ich bedanke mich für's Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.